Das ist ein anderer. Meine Hose ist ganz nass. Letztes Jahr ging meine Box eigentlich immer damit los mit was haben wir heute Morgen schon verpasst. Aber das war in den letzten Tagen nicht so, weil wir haben morgens eigentlich fast nie los verpasst. Aber heute. Heute haben wir einen Enzo und einen Lexus LFA verpasst. Vielleicht cruisen sie ja nur irgendwo rum. Mal gucken. Aber es ist schon mal ein gutes Zeichen. Tag geht gut los. Wir starten in Monaco. Tag Nummer 5. Ich wollte gerade schon moderieren, dass ich hier am Casino Square gar nicht mal so viel getan hat. Alles die alten Gesichter. Highlight SLR da vorne in weiß. Und dann kommt dieser wunderschöne Pista Spyder um die Ecke. Und das ist jetzt für mich der zweite richtig nice Pista Spec in diesem Urlaub. Gestern zusammen mit dem in Arborio. Ziemlich geil. Gestern wurde mal Pista Piloti gesichtet in der Stadt. Aber das war jetzt nochmal ein anderer. في Saal ist auch noch ein paar R bitch. Aber das, ist es aber besser. Mir sü Pres Urlaub Ein Untertitelung des ZDF, 2020 Eigentlich war ich auf der Suche nach dem Lexus LFA, weil er lange Zeit am Hafen stand, jetzt haben wir hier mal geguckt, aber wir haben keinen LFA gefunden, sondern ein Pista Piloti. Jetzt haben wir gerade noch hier den Pista gefunden, jetzt habe ich gerade die Nachricht bekommen, dass ein TDF oben am Casino stehen soll. Aber gehen wir mal schnell hin. So, kleine Fahrradtour wieder abgeschlossen, haben wir zwei Speziale gesehen auf dem Weg. Jetzt hoffen wir mal, dass der TDF noch steht. Jawohl, da ist er. F12, TDF jetzt der erste hier auf der Straße. Und das sieht natürlich auch mega stark aus da vorne, dieses Dunkelblau auf dem F12 GTS. Der ist jetzt heute neu dazu gekommen. Ich habe das Gefühl, das wird ein guter Tag. Jetzt geht es gerade so ein bisschen Schlag auf Schlag. Jetzt noch mal der Pista-Spider vom Soutil vorbei, den wir gestern auch kurz gesehen haben. F12, TDF dabei, beiden Speziale kamen relativ fix hintereinander und ein Regera soll auch noch unterwegs sein. Schauen wir mal, ob wir den sehen. Ich gehe jetzt runter wieder zum Roundabout. Ich muss wieder ein bisschen Luft schnappen, vielleicht hört man es. Boah, ist der schön, ey. Okay. 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 Wie geil, der fährt auch echt daily mit dem Ding rum, saugeil. Und wie die Leute alle rechts und links stehen, 40 Spotter oder so, alle halten die Kamera drauf. 25 Spotter oder so. 7,20m! Ja! Nein! Nein! Wir machen es einfach nochmal genauso wie gestern. Jetzt ist die Mittagssonne da, jetzt gehen wir nochmal schwimmen. Hoffen, dass wir nicht so viel verpassen und wenn doch, dann erfahrt ihr es danach. Für die nachfolgenden, unzensierten Clips müsst ihr bitte die Plattform wechseln. Genau. Einmal bitte auf YouPorn. J-U für Julian. Und BarbiePorn. Punkt. So, weiter geht's wieder mit den Jungs vom Strand. Wir haben uns jetzt wieder schön erholt. Das haben wir verpasst. Eigentlich das, was heute schon im Laufe des Tages rumgefahren ist. Und ein 9,18. Aber der parkt am Yachtclub. Das heißt, vielleicht bekommen wir den auch noch. Das ist doch eigentlich schön, wenn man vom Schwimmen kommt. Das einzige, was man verpasst hat, hat man gar nicht verpasst, weil es steht noch da. 9,18. Ich glaube, dieser Urlaub ist echt ein, bravus, ist echt ein 9,18 Urlaub. Das war echt wieder schlecht getimt. SVJ kommt hier vorbei. Ein neuer, den wir noch nicht kannten, mit monegassischen Kennzeichen. Und genau in dem Moment, wo er neben mir ist und Gas gibt, ist der Akku leer. Ja, schade. Oh, wie geil ist das denn bitte? Wir haben erst den F2F-TDF in einem richtig geilen Rot und ein paar Stunden später auch noch einen GTO in einem noch geileren Rot, wie ich finde. Das ist genau das gleiche. Das ist genau das gleiche, aber klug scheißt du hier so rum. Okay, das ist genau das gleiche. Also, Rosto F1 2007. Okay, wieder ein neuer 812 GTS. Von diesem Fahrzeug hier habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört und gesehen, dass er umgefahren ist. Das ist ein Mulsanne von Ares, umgebaut zum Coupé. Das ist nur ein Zweitürer. Der ist jetzt hier neu am Fermont. Und, gehen wir ein bisschen weiter. Hier gibt es immer noch mal wieder einen neuen 812 aus Rumänien. Baby, du stehst exakt vor mir. Nice. Wie geil, Aventador SV. Heute wird echt ein guter Tag, habe ich das Gefühl. Und es ist auch echt viel Verkehr. Es fährt viel rum und es wird nicht langweilig. So muss das. Wie geil, Aventador SV. oder im Fernsehen eigentlich. Wie geil, Aventador SV. Wie geil, Aventador SV. Wie geil, Aventador SV. Der Monsterbesitzer war erstens beim Friseur, zweitens hat er sich jetzt ein Nummernschild geholt. Wie krass ist das denn? Jetzt kann ich den zweimal bei mir einfliegen. Ziemlich geil, gerade gesehen, dass der unten im Hafen stand und ein paar Minuten später sind wir hier oben. TDF kommt gerade, TDF ist ein anderer. F12, TDF ein anderer. F12, TDF fährt gerade auf den Casino Square. Ich bin gerade schon wieder gar nicht drauf klar, weil das ist einfach der zweite AF-12-TDF heute. Mega nice! Gerade in dem Moment, wo wir gedacht haben, gucken wir mal wieder zum Casino Square, was hier so abgeht, kommt er um die Ecke. Das war's für heute. Das war's für heute. bis zum nächsten Mal. ich soll eine szene machen, sagt der Tobi. Okay, mal eine Szene. Steht ein Chiron am Casino. Geh ich hin. Das war der Witz. Ich weiß jetzt gar nicht, ob derjenige, der das beim Monaco Bingo gehabt hat, jetzt gerade hier steht, aber das ist der dritte Bugatti Chiron. Das war auch eine Kategorie, die wir im Bingo mit drin haben. Drei Chirons. Damit dürfte jetzt, ich weiß gar nicht, ob jetzt einer schon fertig ist. Ich hoffe noch nicht. Ich hoffe, ich habe noch Chancen. Ich brauche nämlich noch mindestens einen Laf, einen Enzo, F40, nee F40 habe ich, F50 und Laferrari Aperta. Einfach das habe ich vergessen. 288 GTO. Zwei davon brauche ich noch. Dann habe ich gewonnen. Das Blöde ist, ich weiß von Tobi, dass er nur noch eins braucht, weil er heute den Laferrari gesehen hat, den silbernen. Ich aber nicht. Der Chiron kommt. Der Chiron kommt. Es gibt jetzt noch Begleitfahrzeug. Ja, aber dann müssen wir doch hier laufen, oder? Der kommt ja noch Werner von da. Bitte? Ich weiß auch, wo der steht. Ja, genau. Also es geht gerade das Gerüchtchen, das ist der Zonda LH, der von Lewis Hamilton gesehen wurde. Und wir haben auch eben was gehört, das klang nach Zehnzylinder. Wir haben direkt gesagt, das ist ein Zonda oder ein Carrera GT. Vielleicht fahre das wirklich. Boah, jetzt zittern mir gerade ein bisschen die Knie. Weil wenn wir den sehen, den wünsche ich mir schon Ewigkeiten. Das ist das absolute Highlight von allen Monaco-Vlogs. Okay, also wir haben jetzt erfahren, dass der Zonda von da kam, ja, und dann da vorne in den Formel 1-Tümmel gefahren ist. Jetzt ist die Frage, was macht der? Wo fährt der hin? Wann fährt er wieder zurück? Im allergrößten Notfall stellen wir uns irgendwo da in die Nähe, wo er wohnt. Der sieht auch echt schön aus. Ich weiß nicht, ob ihr das auf dem Video erkennt. Der ist schwarz mit ein paar roten, dunkelroten Details. Auch sehr geil. Und der Bulgare. Ich könnte mir vorstellen, das ist der gleiche wie der, der die letzten Jahre auch immer mit dem Chiron hier war oder davor mit einem Aventador SV. Ich habe mir jetzt eine Stelle rausgesucht, wo er mit 99%iger Wahrscheinlichkeit auch vorbeikommen müsste, weil unweit von hier ist seine Garage. Und jetzt campe ich hier. Und jetzt ist mir auch scheißegal, was ich drüben verpasse. Da kommt 480. Es ist mir jetzt auch scheißegal, was ich jetzt vorne am Kreisverkehr verpasse, weil wenn ich nur diesen Zonda hier sehe, dann hat sich dieser Trip schon sowas von gelohnt. Ja, und wir gucken mit einem weinenden Auge nach München, weil da zwei Zonda Schinke waren letztens. Und wenn wir jetzt einen 67 LH sehen. Jackpot, Baby! Wo ist er? Wo ist er? Wir haben die Information bekommen, er soll hier irgendwo sein, am Haber, am Yacht Club. Jetzt schlägt die Stunde der Wahrheit. Sehen wir gleich einen Zonda. 760 LH. Da steht eine riesen Traube an Menschen. Das muss er sein. Jetzt kommt man in Monaco ähnlich mit seinem Auto. Wir haben ihn gesucht, wir haben ihn gefunden. Und das ist ungelogen. Das ist das Highlight von allen Monaco Urlauben, die ich je hatte. 67 LH, mein Lieblingszonder von allen. Und wir haben sogar Zeit, Fotos zu machen. Es sind zwar irgendwie 50, 60 Leute, die hier um das Auto herum stehen, aber es funktioniert auch relativ geordnet. Jeder macht jetzt nacheinander seine Bilder. Geil. Geil, Leute. Was mir gerade so auffällt, als das letzte Jahr mit dem König Ex von Semko in der Maximilianstraße war. Da war ich ja auch hier in Monaco. Und dann hat sich nachher die Frage gestellt, wo wäre ich lieber gewesen? Denn klar hat man das bereut, dass man genau in dem Moment nicht in München war. Aber wir hatten an dem Tag so viel geiles Zeug dabei, dass ich sofort gesagt habe, no way. Lieber bin ich hier in Monaco heute gewesen. So, und jetzt ist diesmal das mit den zwei Zonders gewesen. Ultraklass als Spot in München. Hat es so noch nie gegeben. Einen davon kannte ich aber schon. Habe ich schon zweimal gesehen. Das heißt, es wäre ein neuer Zonder Cinque für mich gewesen. Und jetzt habe ich hier in Monaco den 67 LH gesehen. Und jetzt ist für mich auch gar keine Frage mehr, wo ich lieber gewesen wäre. Natürlich hier in Monaco. Während unten gerade 20.000 Leute Fotos machen, habe ich gedacht, machen wir kurz einen Abstecher hoch zum Casino Square. Was noch was hier getan hat. Und auch hier geht es ganz gut ab. Zwei Chirons, 918, SF90 dabei. Ein wunderschöner 812. Ist noch dazu gekommen in rot mit orangen Details. Ich glaube orange war es. Vielleicht auch rot. Auf jeden Fall auch nicht schlecht. Und jetzt gehe ich wieder runter und hoffe, dass das Stativ jetzt frei ist. Dass ich auch noch ein paar Fotos vom Stativ machen kann. Wir teilen uns gerade etwas auf. Nico filmt den Startup. Ich stelle mich oben an die Straße. Und filme wie er vorbeikommt. Da ist der Startup. Ich habe sogar mit drauf. Und jetzt nochmal vor den Namen. Eins. Ach, Mann! Hey, bitte auf. Was ist das? Meine Hose ist ganz nass. Eure auch? Hey, das gibt's nicht, dass der noch so drauf gedrückt hat. Ja, wie? Das war doch klar. Leute, das ist der Wahnsinn. Das ist wieder nach einer Weltmeisterschaft hier. Leute, wir haben den schönsten Zonder der Welt auf der Straße fahren sehen und der Louis ist so ein Ehrenmann, der hat extra nochmal Stoff gegeben für uns. Leute, ey. Und das Beste von allem, er ist früh gefahren, wir können nach Hause gehen, wobei wir gucken mal, vielleicht geht ja am Casino Square noch was, aber dann können wir was essen und so. Zonder! 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 Das ist ja lustig. Jetzt kommen wir nochmal zum Casino Square und der Matschwarze 918 von gestern Abend, der steht auch wieder hier. Und jetzt geht ein wirklich sehr gelungener Spotting-Tag zu Ende. Kaum zu glauben, es ist ein Dienstag geworden, ein Dienstag, der wirklich der perfekte Spotting-Tag war. Es war den ganzen Tag nicht wirklich langweilig, wir hatten unsere Highlights dabei und wir hatten das größte Highlight von allen überhaupt, ein Zonder 67 LH. also der Beste, der beste Sonne, der es gibt. Und vor allem, wir haben ein Megaglück, weil das ist schon wieder drei Jahre her, dass der überhaupt das letzte Mal hier in Monaco unterwegs ist und wir hatten einfach das Glück, dass wir genau diesen Tag wieder hier erwischt haben in Monaco und ich glaube, es ist nicht zum ersten Mal, ich glaube, er stand schon mal im Casino Square, aber wir hatten einfach jetzt die Möglichkeit, da unten am Yachthafen unsere Stative aufzubauen, Fotos zu machen. Wir hatten Zeit. Gut, da standen 60 Leute oder manchmal auch 80 Leute drumherum. So what? Ich finde, das ist ein richtiges Privileg, dass wir genau diesen Tag erwischt haben. Sonder! Halt die Fresse! Wo war ein Sonder? Deswegen bin ich voll zu zufrieden mit dem Tag und freue mich auf morgen, denn dann geht's wieder weiter mit dem Mittwoch. Haut's rein! Bis dahin! Outro Ausd frit Ausd ind getting Ausd ind ему weren't Ausd ind Ausd ind